Ich sitze jetzt hier in einer Entbindungswanne im Vinzenzkrankenhaus in Hannover und ich bin überwältigt von diesem Job. Ich bin hergekommen und habe gedacht, okay, als Hebamme hilfst du der Mutter ihr Kind auf die Welt zu bringen, aber Pustekuchen, da gehört viel, viel, viel mehr dazu und zwar geht es schon los dabei, dass man im Prinzip die Mutter direkt begrüßt, ab da dann begleitet, während der Schwangerschaft bis zur Geburt des Kindes und auch danach noch. Da gehört dann die Dokumentation dazu, was also viel, viel Zeit in Anspruch nimmt. Du misst Herztöne, du arbeitest mit den Ärzten zusammen, machst Ultraschall. Was viele auch vergessen, habe ich mir sagen lassen, ist, dass die Kreissäle auch gereinigt werden müssen. Dafür gibt es keine extra Putzkräfte, sondern das machen die Hebammen alles mit. Und dann hast du also am Ende des Tages eine Menge Stunden auf der Uhr stehen. Ich muss aber wirklich sagen, ich habe hier ein tolles Team vorgefunden, super, super lustig alle, selbst wenn es mal vielleicht nicht so schöne Momente gibt, aber am Ende des Tages auch hier oft Freudentränen, habe ich mir sagen lassen.